Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Dress2Impress Video mit Kahn und heute ist auch noch jemand dabei und zwar ist das Snapchat AI. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit Snapchat AI unterhalten hast, Kahn, aber es ist so ein bisschen ähnlich wie ChatGPT und alle Themen, die ich heute holen werde, hat Snapchat AI ausgesucht. Wir haben ja auch mal ein Screenshot von meiner Konversation mit Snapchat AI. Okay. Es war auf jeden Fall eine interessante Diskussion, sage ich mal. Okay, ich verstehe. Galaktische Eleganz war das erste Thema. Ich musste das natürlich so ein bisschen so dann da eintragen, wie das hier auch zeichenmäßig passt, weil das hat leider Snapchat AI nicht verstanden, was ich damit meinte, dass die Themen kürzer sein müssen. Okay. Aber gucken wir mal. Oh, er hat schon eine echt coole Jacke gefunden dafür. Irgendwie bin ich noch nicht so richtig gekauft bei dem Thema. Was sagst du? Was sagst du? Hast du schon eine Idee, was du machen willst? Ähm, noch nicht ganz, aber ich muss mich jetzt inspirieren lassen, ein bisschen von den Klamotten. Also ich verstehe, was du meinst. Also ich hätte schon eine Idee, aber ich muss jetzt auch erst mal schauen, was es alles so gibt. Kann ich voll verstehen. Ich, also mir fällt es gerade ein bisschen schwer noch, das irgendwie so richtig cool zu machen. Ja, also es ist einfach, es ist definitiv nicht. Snapchat wollte es uns ein bisschen schwer machen. Gucken wir mal, wie sieht das denn aus, wenn ich hier mit unterschiedlichen Farben mal so durchgehe. Ich glaube, dann bin ich doch am ehesten noch bei Pink. Ist ja auch irgendwie so dieses, also es heißt ja auch Eleganz, also. Ja, es muss schon irgendwie noch passen, ne? Mhm. Das finde ich macht es dann irgendwie schon wieder bisschen schwer. Mal gucken. So, vielleicht kann ich das hier rein dann übernehmen. Ja, vielleicht irgendwie so. Gucken wir mal. Hm. Aber es ist ja eigentlich ein Thema für dich, Karn, weil du magst ja so Space, Weltraum und so. Ja, aber es ist, ja das schon, aber. Fällt es dir gerade trotzdem schwer? Ja, absolut. Ah, was? Ich hab doch schon was. Man kann halt, glaube ich, eigentlich nicht so extrem viel falsch machen. Außer man macht es halt irgendwie so zu erdenbezogen, sag ich mal. Ja, es sollte schon ein bisschen abgespaced sein, das stimmt schon. Irgendwas Spezielles muss da schon dran sein. So, jetzt komme ich mal zu den Haaren. Was nehmen wir da? Das hier vielleicht? Hm. Weißt du, was mich bei den Haaren manchmal ein bisschen nervt? Also die Haare sind schon ganz cool, aber ich würde manchmal gerne bei einigen noch so einen Farbverlauf mit reinbringen können. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. So, gewisse Parts noch extra einzufärden. Das geht zwar bei einigen Sachen, aber halt nicht, bei weitem nicht bei allen. Ja. Ich glaube, dass das manchmal ganz cool wäre. So, jetzt zum Beispiel hätte ich halt richtig gerne so einen Farbverlauf da drin. So, jetzt muss das Gesicht auch noch so ein bisschen alienmäßig aussehen. Es gibt natürlich dieses Gesicht hier oder dieses. Vielleicht nehme ich einfach das. Das sieht zumindest so ein bisschen anders aus. So, dann nehme ich glaube ich... Boah, also ich bin... Ehrlicherweise bin ich nicht zufrieden. Bist du nicht zufrieden? Ich hätte es mir ein bisschen besser vorgestellt, aber... Ja, mir fällt jetzt ehrlicherweise auch nichts mehr ein. Mich überfordert dieses Elegant so ein bisschen, weil ich finde, dass das eine komische Kombination ist. Ja, also ich... Ja, wobei eigentlich finde ich das ganz cool, aber ich bin nicht so ganz zufrieden. Und das finde ich ist ein sehr gutes Outfit. Ja, sehr gut jetzt nicht. Es ist okay. Also, doch ist drei Sterne gut, finde ich. Es ist okay. Wie viele Sterne hast du gegeben? Äh, drei. Oh, das finde ich auch nicht schlecht. Es ist ein bisschen... Das erinnert mich so ein bisschen an Tron Legacy. Doch, finde ich... Ja, stimmt. Stimmt. Kaufe ich ab. Ein gutes Muster, was sie gewählt hat. Ja, aber... Ja, aber... Ja, trotzdem drei Sterne erstmal. Ja, das ist ähnlich. Sie hat das gleiche Muster. Ja, sehr ähnlich. Ich fand das davor... Bin ich aber nicht so überzeugt von... Besser. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich fand das davor besser. Ich finde, das hier sieht schon wieder ein bisschen zu irdisch aus. Hm. Ja, bin ich... Nee, das finde ich jetzt gar nicht. Bin ich auch nicht gut. Aber es haben viele so blau und weiß genommen, ne? Mhm. Stimmt. Ja, vielleicht haben die das bei dem anderen, äh, bei dem einen oder anderen gesehen. Hier jetzt auch. Ja, schon wieder das gleiche Muster. Ich finde das hier ein bisschen besser, so dieser komplette Bodysuit. Ja. Aber ich finde es nicht elegant. Ja, stimmt. Es ist nicht elegant. Es ist viel mehr sportlich. Ja. Sportlich elegant, aber nicht space elegant. Oh, sie sagt, sie hat das Thema wohl falsch verstanden und sie ist das Universum. Hm, ja. Also ich muss... War ich jetzt nicht so überzeugt von. Alle haben fast dieses, äh, Muster genommen. Wirklich? Also eigentlich müssen wir ja fast schon gewinnen, weil wir was anderes gemacht haben, oder? Ja, oder die Punkte... Oder das ist wieder eine Community und die punkten für sich selber alle. Ja, das kann auch gut sein. Ich habe das Gefühl, das ist immer so... Okay, das bin ich. Hm, okay. Der Space-Look-Alien-Look ist auf jeden Fall da. Hm, hm. Okay. Das klingt, dass du mir zwei Sterne gegeben. Aber ich will es gar nicht wissen. Ich sag's nicht, also... Hm. So, schauen wir mal, wie es ausgegangen ist. Oh, wie kannst du denn auf den zweiten Platz kommen, Mann? Hä? Ich hab das wohl gut gemacht. Ich fand's... Ich fand deins ehrlicherweise echt schlecht. Ja, aber deine Meinung zählt anscheinend hier nicht. Doch, natürlich. Du hast... Ey, übertreiben wir nicht. Du hast einfach nur drei Sterne mehr, okay? Ja, und? Drei Sterne sind drei Sterne? Guck, da merkt man, sobald du einmal gewinnst, wie eklig du wirst. Ja. Ich mach sowas nicht. Nein, gar nicht. Nie, überhaupt nicht. Nö, ich mach sowas nicht. Ah, ah. Nein, wenn ich gewinne, bin ich jetzt nicht so... Ich freu mich zwar, aber ich mach dich nicht fertig. Ach, guck mal. Ach, guck mal, Tanja. Meine Meinung scheint ja hier viel mehr zu zählen als deine, weil... Das war aber ein Joke. Der hier immer gewinnt. Das war ein Joke. Der hier immer dein war. Bei dir merkt man direkt, das ist ernst gemeint. Ja, auf jeden Fall. Definitiv, Kahn. Kannst du dich nicht rausreden. Ja, wir wählen mal das nächste Thema aus, was Snapchat hier vorgegeben hat. So, Kahn. Wir haben jetzt einmal die Lobby gewechselt. Ich glaube, wir sind hier schon in einer ziemlichen Schwitzer-Lobby. Aber wir nehmen das nächste Thema von Snapchat AI. Ich bin gespannt, was du zu dem Thema sagst, Kahn. Ein Hund, Junge. Hast du das jetzt auf Englisch draufgeschrieben, oder... Nee. Ja. Meinst du, das wird direkt in alle Sprachen übersetzt? Ich hoffe. Glaube nicht. Wir werden sehen. Okay. Einhorn-Zombie. Ist auch so ein Thema. Also, sie sehen auf jeden Fall Zombie. Ich glaube, das reicht denen schon. Ja, glaube ich auch. So irgendwie. Und dann das Einhorn da drüber. Müsst ihr eigentlich einfach nur so richtig... ...so was mäßiges werden? So richtig colorful vielleicht? Ja. Es geht. Es geht. Es geht. Also, wenn ich an das Adopt-Me-Einhorn denke... ...da ist ja sogar auch grün mit drin. Ja, ich mach's auch so grün und pink jetzt einfach. Mhm. Also, anderes, ehrlicherweise, fällt mir auch nicht ein. Ich finde auch, dass das Thema nicht einfach ist. Also... Überhaupt nicht. Das ist voll schwer. Äh... Das ist richtig schwer, das Thema. Also, Snapchat AI macht's uns hier. Schenkt uns auf jeden Fall mal gar nix. Nö. Überhaupt nichts. Ich bin mal ehrlich. Äh... Ehrlich, heute bin ich aber auch bei den Themen überhaupt nicht. Also, meine Outfits sind gar nicht gut heute, muss ich sagen. Echt? Da bin ich mal ehrlich. Also, die Outfits finde ich jetzt wirklich schlecht. Bisschen mehr aus wie ein Clown. Ich muss halt sagen... Also, ich finde das Einhorn-Thema, weil sie nicht so richtig ist, dass das Einhorn jetzt verpacken soll, weil... Es gibt halt kein Horn, was ich mir aufsetzen kann. Passt alles nicht. Sie fühlen mir nach Clown bei mir aus. Nach Clown? Nach Clown, ja. Ich kann natürlich auch irgendwie versuchen, mit den Haaren das Horn zu machen, aber auch das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Ich bin kein Fan. Ich bin kein Fan. Warum ist das denn so unheimlich schwer, Kahn? Oh, das ist sehr, sehr schwer. Also, ich versuche auch die ganze Zeit was zu finden, aber es ist sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Ich finde halt auch, weil die beiden Sachen... Weil Einhorn ist ja eigentlich eher so... Ja, süß und sowas. Aber ich finde, in Kombination mit dem Zombie macht das jetzt irgendwie so... Ja. Was soll ich denn jetzt machen? Also, was von beidem? Wird das jetzt eher die... Wird das jetzt eher so kaputt oder nicht? Oder also... I don't know. Ich finde es auch überhaupt nicht gut, was ich hier mache. Also, ich finde es auch nicht schön. Gib dir zumindest so mal dieses... Dieses eine Gesicht mit den Stitches drauf. Ja, das habe ich auch schon. Das ist schon ganz gut. Ja, das habe ich auch gemacht. Sonst sieht es viel mehr nach Clown bei mir aus. Nicht so... Clown... Einhorn-Zombie. Ich weiß einfach wirklich nicht, wie soll ich hier den Zombie rausholen. Also, ich habe wirklich keine so richtige Idee, um das eindeutiger zu machen. Ich habe das Gefühl, ich kann beiden Themen gerade gar nicht gerecht werden. Das ist bei mir genauso. Oh, das ist nicht schlecht hier, das hier. Das ist nicht schlecht. Aber ich sehe das Einhorn nicht. Ja, also... Gut ist das bei mir definitiv nicht. Also, wenn ich jetzt heute auf dem letzten... Also, in dieser Rubrik auf dem letzten Platz lande, ist okay. Kann ich mit leben. Ich glaube, das Ding ist halt, die anderen verstehen halt fast nur Zombie. Das heißt, sie werden uns halt nur nach Zombie bewerten und nicht nach Einhorn. Das heißt, ich glaube, wir werden hier ziemlich sicher irgendwo auf dem letzten Platz landen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, viele haben Zombie einfach verstanden. Ja. Finde ich jetzt aber trotzdem nicht gut. Fehlt mir zu viel und ist zu chaotisch. Ich bin auch nicht der größte Fan. Okay, das finde ich passt jetzt zu keinem von beiden. Nö. Das ist schon ein bisschen zu... Mehr Vampir fast. Mhm. Ja, okay. Das ist was. Das ist schon besser. Passt auch zu beiden Themen irgendwie. Also mit... Ja, wenn das Lila so ein bisschen pink wäre, wäre das natürlich ein bisschen besser noch. Finde ich. Ja. Ja, da ist das Zombie-Thema da, aber... Das Einhorn-Thema nicht so richtig. Das Einhorn-Thema ist nicht wirklich da. Gefällt mir aber besser als die davor immer noch. Ich finde, das hatte was, aber... Ja. Aber warum rot? Also dieses Rot finde ich zu viel. Ich finde das nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es so ein Zombie gibt. Also ich finde es auch okay, aber... Aber ja, es gibt mir halt nicht so diese Zombie-Vibes. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass es gewinnt wird, einfach weil es alle pretty finden. Kann sein. Ja, das bin ich. Ja, doch. Meins ist fast ähnlich vom Look her. Ja. Ja. Ja, finde ich aber gar nicht schlecht, Kahn. Es sieht halt aus wie das Adopt-Me-Einhorn. So ein bisschen. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht, wie du gesagt hast, dass du es findest. Vielleicht habe ich viel mehr den Clown immer gesehen. Ja, das habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Ja. Ja, finde ich ganz cool, aber es... Doch, ich mag das, dass das so ein bisschen... Doch, ich finde es nicht schlecht. Ich finde die Farben ein bisschen chaotisch. Deshalb konnte ich gerade nicht so schnell abstimmen, weil ich mir das nochmal angucken wollte. Okay, wie ist es ausgegangen? Ja, finde ich eigentlich, es ist okay. Ich finde, wir hätten weiter oben sein können, Kahn. Finde ich ehrlich. Ich auf dem letzten Platz. Guten Morgen. Ja, Snapchat AI sagt uns das nächste Thema. Aber darf ich mal was sagen? Obwohl wir hier voll oft so Spiele spielen, also Just-to-Impress spielen und immer so komische Themen kaufen, hat sich noch keiner so richtig beschwert über die Themenwahl, weißt du? Ja. Ja, stimmt. Also, da habe ich jetzt noch keinen Hate dazu bekommen im Chat. So, das nächste Thema ist Roboter-Piraten. Okay, Robo-Piraten. Was auch immer das jetzt wird, ne? Wir hatten ja das Piraten-Thema in einem anderen Video schon mal so ein bisschen. Aber da mussten wir uns ja auch daran orientieren, was andere gemacht haben. Und ich glaube, das könnte jetzt ganz cool werden, weil jetzt dürfen wir uns ja hier austoben. Robo-Piraten. Das könnte auch so eine Serie sein, ne? Das stimmt. Oder so ein schlechter Film, weißt du? Robo-Piraten. Robo-Piraten 3. Ja, wirklich, so klingt das irgendwie. Gucken wir mal, was die Robo-Piraten klauen. Eigentlich sind ja Roboter-Piraten so Hacker, oder? Also, eigentlich sind das auch irgendwelche Leute, die irgendwo was hacken in Jogginghosen. Aber gut, das werde ich jetzt einfach mal ignorieren. Hä, wieso? Ja, voll oder nicht? Ja, sorry, aber da bist du jetzt zu sehr so von Filmen und so einfach. Und außerdem, ich bin auch die ganze Sache in Jogginghosen, was ist da das Problem? Ja, hä, das ist doch nicht das Problem. Ich meine, ich meinte, weil Roboter-Piraten, da verstehe ich ja auch drunter erstmal so Piraten, ne? So Seeräuber-Piraten-Piraten. Ich will nicht das hier noch da drüber machen. Einfach den WhatsApp-Hintergrund haben die hier teilweise genommen. Den WhatsApp-Hintergrund? Gibt's den hier? Das wüsste ich gar nicht. Ja, so als Muster. Okay, das erstmal. Bin ich gar nicht so unzufrieden mit? Ich sag, wie es ist, heute bei mir Katastrophe. Bist du nicht so fit heute, Kahn? Gar nicht irgendwie. Aber so schlecht abgeschnitten hast du doch eigentlich gar nicht. Ja, trotzdem, aber ich find mich jetzt heute nicht so fit. Hm, meinst du denn, der Style ist heute einfach nicht so auf deiner Seite? Hm. Aber ich finde, man muss halt trotzdem auch dazu sagen, die Themen, die wir machen, sind echt Welt heute. Also sind schon ein bisschen zu abgespaced teilweise. Also Snapchat lässt uns da nicht so richtig. Ah, warte, ich wollte doch das und dann hier rüber. Hm. Vielleicht das dann so. Was ja eher so pinkig ist, ne? Ja, ich glaub, so kann man das machen. Sie können dann auch dieses Muster so ein bisschen drüber tragen. Was machst du denn schuhmäßig? Ist das schon eine Idee? Nö. Okay. Ich glaub, ich mach halt hier diese Boots. Ich glaub, ist so das Einfachste, was geht, ne? Okay, dann brauch ich auf jeden Fall Haare noch. Ohne Haare wird's auch schwierig. Auch wenn Roboter ja nicht unbedingt Haare haben müssen. Aber sie können. Ja, es geht ja um den Look. Ja. Okay, ich guck mal, ob ich bei den Gesichtern noch was finde, was mehr passt. Oder ob ich das tatsächlich so lass. Obwohl, ich glaub, dieses hier ist eigentlich immer ganz cool für so, für diese Art von Looks. Oh, ne, die Zeit schon wieder. Hm, guck mal. Hm, die Zeit ist gleich oben. Oh! Nein, wirklich, ne? Die Zeit ist so mies. Ja. Ich find's nicht schlecht, aber warum immer dieser Hut? Warum immer dieser Hut kann? Check ich auch nicht. Ich versteh's auch nicht. Ja, aber hier fehlt mir das Roboter-Ding. So, das bin ich. Hm, also der Robo-Look auf jeden Fall, finde ich. Sehr. Pirat. Ich find halt durch das, durch dieses Kleid, find ich irgendwie schon. Also, ich bin nicht der größte Fan von dem Kleid zu dem Thema, aber ich find den Rest richtig gut. Also, mit den Stülpen und ich mag auch dieses Bandana und diese Kette auf dem Kopf. Und auch, dass du ein Handy mitgenommen hast, find ich auch gut. Das Handy war genau aus dem Robo-Look, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, das find ich passt jetzt eigentlich gar nicht. Sicher auch nicht so ganz. Weiß nicht, wie viele, wie viele Piraten Katzen mitgenommen haben. Obwohl, kann schon sein, um Mäuse zu vertreiben vom Schiff. Ich weiß auch nicht. Das find ich ganz cool, aber das gibt mir jetzt nicht so sehr Pirat. Auch nicht, find ich auch nicht. Also klar, die Outfits sind alle, viele sind cool, aber ich finde, sie passt halt überhaupt nicht zum Thema gerade. Ja, auch nicht. Das find ich passt zu keinem der beiden Themen. Was soll denn diese Ohren? Versteh ich gar nicht. Nee, gar nicht. Wir sind auch mittlerweile so richtig, richtig hart geworden in der Bewertung. Ich weiß noch, früher, als wir Fashion-Films gespielt haben, warst du, ja, sorry, das passt nicht so richtig. Du vielleicht, ich nicht. Mittlerweile, ja. Mittlerweile, nee, das passt gar nicht. Das find ich passt halt zum Piraten-Thema richtig gut. Aber der Robo-Look fehlt. Ja. Also Snapchat AI hat uns irgendwie so gefühlt Themen gegeben, die so richtig konträr gegeneinander gehen. Jo. Aber sowas von so. Schauen wir mal. Wooo. Wooo. Ey, ich hab dir nur einen Stern gegeben. Wie kannst du auf Platz 2 landen? Ja, anscheinend fanden die anderen mein Outfit halt gut. Versteh ich nicht. Nice. Ja, Leute, ich hoffe... Aber guck mal, warte mal, warte mal kurz. Warte mal kurz. Ganz kurz, guck mal, wir sind neun Leute haben jetzt mitgespielt, ne? Ja. Und Platz 1 hat 17 Sterne. Ja. So, jetzt rechnet das mal durch, acht Leute. Da haben ja Leute maximal zwei Sterne gegeben oder drei Sterne. Ja, ist wild, ne? Ehrlich, echt. Diese Community hier, wild. Nun gut. Ja. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß bei dem Video. Da bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als ciao. Ciao, ciao. Ciao.